Hey Leute, hier hätte ich euch jetzt endlich mein fertiges Hydroid-Video mitgebracht. Und ich muss sagen, jetzt nachdem der Bild fertig ist, ich ihn auch noch ordentlich testen konnte, kann ich wirklich sagen, dass Hydroid ein wirklich guter Frame ist. Ich würde ihn nicht mehr im Mittelfeld bis oberen Mittelfeld ansetzen, sondern eher im unteren sehr gut Segment. Muss man ganz ehrlich sagen. Man muss halt wissen, worauf man sich bei Hydroid fokussieren möchte. So ein Bild, bei dem man alles voll ausreizt, geht jetzt leider nicht so gut. Ich meine, man kann es machen, aber das Ergebnis wird bescheiden sein. Aber wenn man sich so auf ein paar Key-Komponenten fokussiert und die dann ausreizt, dann kann man wirklich was reißen. Das Interessante ist, ich würde euch an der Stelle auch empfehlen, den Gameplay-Ausschnitt unten zu beachten. Das Interessante ist halt, dass wir uns wirklich durch unseren Raubzug mit dem Augment hochheilen können. Die Gegner durch den Tentakel-Schwarm so außer Gefecht setzen können, dass wir wenig genug Schaden bekommen, damit das funktioniert. Und gleichzeitig bekommen wir durch Nehren genügend Energie, um alle Fähigkeiten oft genug zu verwenden und Viralschaden, um Gegnern massiven Schaden zu drücken, die keine Rüstung mehr haben. Gleichzeitig bekommen wir durch Raubzug noch, ich glaube, knapp 600% Bonus-Korrosionsschaden, was eine ordentliche Hausnummer ist. Das bedeutet, bei Gegnern, die Rüstung noch haben, machen wir massiven Schaden. Und später, wenn sie keine Rüstung mehr haben, ist das immer noch ein sehr netter Schadensbonus. Dazu kommt, dass wir mit Tentakel-Schwarm auch noch zusätzlichen Loot aus den Gegnern rausziehen können. Und die Kombination von diesen drei Fähigkeiten, also Nehren von Grendel, macht Hydroid meiner Meinung nach wirklich interessant und angenehm zu spielen. Sturmfeuer habe ich jetzt auch noch drin, weil ich der Meinung bin, dass man die Fähigkeit mitverwenden kann, aber nicht verwenden muss. Und ich stelle mir das zum Beispiel so vor, ich habe vor mir Gegner, hinter mir Gegner, die eine, ich kann ja nur in eine Richtung laufen, dann sage ich mal, kaste ich einmal die Fähigkeit hinter mich, renne zu den anderen Gegnern, die vor mir sind, töte die und in der Zwischenzeit hat Sturmfeuer die Rüstung theoretisch entfernt. Praktisch mache ich das fast nie, das habe ich jetzt in den ganzen Gameplay-Tests vielleicht einmal gemacht, aber es ist einfach nur so ein Gedanke, dass man das verwenden könnte. Wichtig bei Hydroid ist es wirklich, sich zu überlegen, wie viel Fähigkeiten Dauer man möchte und wie viel Fähigkeiten Reichweite. Denn wenn ihr jetzt einfach nur auf maximale Reichweite geht, das kann schlecht für euch enden. Denn unser Tentakel-Schwarm, der kann nur 20 Tentakel spawnen und wenn ihr jetzt eine maximale Reichweite habt, sind die vielleicht irgendwo super weit weg verstreut, die bringen euch gar nichts, die Gegner können einfach dran vorbei rennen und im Endeffekt slowt ihr vielleicht einfach nur die einkommende Gegnermasse. Wenn ihr jetzt eine zu niedrige Reichweite habt, bleiben die Gegner vielleicht außerhalb der Tentakel stehen und schießen auf euch und für mich persönlich ist wirklich so knapp um die 100% beziehungsweise mit einem Reichweite-Mod so 145% der absolute Sweet Spot. Also ich würde euch dann wirklich empfehlen, euch irgendwo in dem Bereich zu bewegen. Auch bei der Dauer bin ich jetzt nur bei 100%. Das bedeutet, mein Raubzug hat nur eine Dauer von 25 Sekunden und mein Nähren auch. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, Raubzug mit 25 Sekunden, ich muss es dann öfters nachcasten. Stimmt, ungefähr so alle 25 Sekunden. Aber auch der Tentakel-Schwarm hat dann nur eine Dauer von 20 Sekunden. Ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe vorher mit deutlich mehr Dauer gespielt und im Endeffekt habe ich die Fähigkeiten viel, viel öfters gerecastet. Weil der Tentakel-Schwarm spawnt die Tentakel immer unter Gegnern. Das bedeutet, nach einer Weile refreshen wir die Fähigkeit einfach, damit die Tentakel nochmal neu gesetzt werden. Das ist meistens vor diesen 20 Sekunden. Und beim Raubzug kommt dazu, dass das unsere Heal-Fähigkeit ist. Das bedeutet, wir aktivieren diese Fähigkeit immer, wenn unser Leben mal ein bisschen runtergeht. Da wir nur Raubzug als Heal dabei haben, kasten wir auch das öfters mal. Ja gut, dann haben wir noch Nähren. Das wäre jetzt nicht notwendig, dass wir das andauernd refreshen. Aber es ist halt so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe überhaupt kein Problem, das in meiner Spielweise mit einzubauen. Gut, jetzt habe ich ziemlich viel zu den Fähigkeiten gesagt. Zumindest zu denen, die wir benutzen. Und das hier wäre der Bild. Hier ist er. Als Aura habe ich jetzt wachsende Macht drin. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich nicht wusste, was ich sonst noch reinmachen soll. Weil, ihr müsst das so sehen, wir entfernen bei allen Gegnern die Rüstung. Also macht ätzende Projektionen nur bedingt Sinn. Jetzt könnte man sagen, ja, wir spielen vielleicht schon im Team. Und wir treffen nicht jeden Gegner. Stimmt. Das bedeutet, in dem Fall könntet ihr dann ätzende Projektionen reinmachen. Könnt ihr wirklich machen. Ist überhaupt kein Problem. Euer Team wird es euch danken. Wenn ihr jetzt eher etwas Solo unterwegs seid oder ihr denkt, dass ihr mit eurem Tentakel-Schwarm eh alle Gegner trefft, dann könnt ihr wieder überlegen, wachsende Macht reinzumachen. Also an der Stelle, ich sage zwar immer, ätzende Projektion ist somit die beste Aura. Mittlerweile hat sie jetzt halt ein, zwei Konkurrenten bekommen. Aber an der Stelle tendiere ich wirklich dazu, eher wachsende Macht reinzumachen. Prime Trittsicher finde ich auch relativ wichtig, weil wir haben jetzt keine direkte Tankfähigkeit dabei. Was bedeutet, wir müssen immer in den richtigen Momenten unseren Heal casten können. Wenn wir jetzt gestackert sind oder sonst was, das reißt uns zum einen aus dem Gameflow raus, zum anderen blockiert es unseren Heal und das könnte uns töten. Also ist Prime Trittsicher hier eine gute Wahl. Es geht in den Exilus-Slot, also schlimmstenfalls verlieren wir halt 15% Fähigkeiten Stärke. Nicht der Redewert. Naturtalent jetzt, damit wir unsere drei Fähigkeiten möglichst schnell nachcasten können. Aber ihr könnt auch zwei gelbe Archon-Scherben einfach in den Frame reinpacken mit Aktivierungsgeschwindigkeit und schon habt ihr einen Mod Platz frei. An der Stelle muss ich aber ganz ehrlich sagen, ich hatte überlegt, das zu machen. Ich wusste jetzt nicht, welcher Mod es mir wert wäre, noch mitzunehmen. Natürlich könnte man jetzt sagen, das Augment für die 1, virales Sturmfeuer. Aber da ich die 1 eigentlich nicht verwende, ja, hab ich davon nichts. Im Endeffekt hab ich jetzt so zwei Archon-Scherben gespart und ich hab's ja schon gesagt, ich wüsste nicht, was ich an der Stelle noch reinmachen soll. Adaptation für, vereinfacht gesagt, 90% Schadensresistenz. Schattenhafte Vitalität für die Gesundheit, schattenhafte Verstärkung für die Stärke. Beide, damit die sich noch gegenseitig verstärken. Stehlender Schwarm, damit ich noch Bonus Glut bekomme. Sturmraubzug für den Heal. Aber ich muss sagen, der Bonus Korrosionsschaden ist natürlich auch nett. Primed Fluss für die maximale Energie und Ausdehnung dann für die Reichweite. Ich hab ja gesagt, ihr solltet meiner Meinung nach irgendwas zwischen 100 bis 145% Reichweite anpeilen. Das bedeutet, ihr könntet zum Beispiel auch den Augur Reichweite Mod reinmachen, dann hättet ihr nur noch 130%. Müsst ihr für euch entscheiden, was euch persönlich so am meisten liegt. Aber ich hab jetzt für mich so die Erfahrung gemacht, dass ich bei 21,75 Meter Radius eine schöne Anzahl von Gegnern einfach mit meinen Tentakeln erwische. Ohne, dass die jetzt zu weit verteilt sind oder der Gegnerspawn irgendwie zerstört wird. Als Arcana hab ich einmal Arcana Segen drin, damit die Gesundheitskugeln, die getroppt werden, mein maximales Leben erhöhen. Ich sag mir, wir bekommen eh die ganze Zeit Bonus-Loot von den Gegnern, also wir bauen schon langsam dann hier unser Bonus-Leben auf. Und ihr müsst das so sehen, wir können uns halt wirklich ordentlich heilen hier. Das bedeutet, selbst wenn wir die 1200 Bonus-Leben von Arcana Segen dabei haben, brauchen wir trotzdem nur ein- bis zweimal die 3 zu casten. Und das ist direkt voll. Beziehungsweise einmal reicht dann. Als letztes hab ich dann noch Wechselerweiterungen drin. Das gibt uns nochmals 60% Fähigkeiten Stärke. Und im Endeffekt sieht es dann so aus, dass wir hier zum Schluss plus 2200% Rüstung haben. Plus, minus, weiß ich gar nicht mehr genau. Und ungefähr 600% Bonus-Korrosionsschaden. Auch mein Viralschaden ist dann ein bisschen höher. Das bedeutet nicht mehr nur 116%. Ich gehe mal davon aus, das sind dann so knapp 150%. Und ich kann euch diesem Bild hier nur wärmstens empfehlen. Ich hab ja schon gesagt, bei der Aura seid ihr ein bisschen flexibel. Da macht ätzende Projektionen zum Beispiel Sinn. Und auch Naturtalent könntet ihr auch gegen was anderes austauschen. Ich hab auch noch ein bisschen mit einem Shieldgate-Bild gespielt. Hab ich jetzt hier nicht mehr drin. Aber ich kann euch hier gerade noch was zeigen. Nämlich könntet ihr den katalysierende Schilde-Mod reinmachen. Dann hättet ihr nur noch 130 Schilde. Und wenn ihr dann noch die Aura... Boah, wie heißen die auf Deutsch? Brief respite. Kurze Ruhe reinmacht. Bekommt ihr 150% eurer genutzten Energie in Schilde umgewandelt. Und wenn ihr hier gerade mal schaut, 150 von 50, das wären ja schon 75. Und wenn ihr dann zum Beispiel Ausdehnung durch den Auge-Mod ersetzen würdet, könnte man sagen knapp 200%. Das bedeutet, mit einmal Tentakel-Schwaben oder mit einmal Raubzug, mit einmal Nähren, wären eure Schilde schon fast wieder komplett aufgeladen. Aber da wir halt unsere Fähigkeiten jetzt nicht im Sekundentakt spammen, konnte ich ein Shieldgate-Bild einfach nicht mir gegenüber rechtfertigen. Dazu kommt, dass wir halt hier auch noch jede Menge Bonusrüstung bekommen. Und die Bonusrüstung jetzt einfach so gar nicht zu beachten, fände ich halt ein bisschen schade. Von daher würde ich euch wirklich empfehlen, auf ein Lebenstank-Bild zu gehen. Und dann hätten wir immerhin grob 205.000 effektives Leben. Das ist jetzt natürlich mega wenig. Und normalerweise sage ich ja auch die EHP-Zahlen extra am Anfang. Aber jetzt habe ich es extra zum Schluss gesagt, damit ihr euch erstmal ein Bild vom Frame machen könnt. Weil, ich habe es ja schon erwähnt, wir können uns die ganze Zeit durch Raubzug wieder vollheilen. Wir können die Gegner durch den Tentakel-Schwarm daran hindern, uns anzugreifen. Und das reicht einfach aus, um dem geringen, effektiven Lebenspool entgegenzuwirken. Also von daher kann ich euch wirklich nur empfehlen, probiert Hydroid jetzt mal aus. Er ist doch deutlich besser, als ich es am Anfang erwartet hatte. Und alles in allem, muss ich sagen, bin ich doch schon sehr zufrieden mit dem Frame. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst ein Abo und ein Like da und bis zum nächsten Mal.